Ich bin bereit, diese scheiß Schwanzköpfe ein für allemal auszurotten. Ja. Okay, dann lass uns anfangen. Los geht's. Ja. 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 da drüben runter da ist wenigstens eine ästliche plattform alter deshalb kriegst du richtig schiss da ist nur da ich versuche gerade wieder aufzukommen weil du musst auf jeden fall die ganze zeit an die wand laufen würde ich dir raten weißt du ich mein ja ja da unten ist so eine grüne plattform als sowieso wiese da ist und da ist man schauen ob man da irgendwie weil der fall ist es ist scheiße tief kann dann wasser sein ich glaube ich glaube wir müssen sowieso da runter tauchen dieses scheiß loch oder ja ja da müssen wir durch ja auch ich höre dich schon ey dann würde ich ja gleich hier runter jumpen aber ich kann mir nicht sicher sein ob da wirklich wasser ist fuck hörst du die ja da war ja einer gerade das einfach weiter schnell war der hielten warten auf mich also ja es taglich sollen wir das jetzt machen alter sie jedes geht es geht zu steil hier runter achtung der kommt der kommt alter ich kann schon immer rennen man warte doch mal auf mich ja ja komm hier hier haben wir gespeichert beide ich habe ich habe gespeichert ja bevor du los bist jetzt da ne ich denke es ja also auf geht's gibt du laufen am besten oder am besten normal aber die ganze zeit die ganze zeit mit schiff gegen die wand laufen mit schiff ja dass du gegen die wand rennst warte warte wo bist du oben noch okay du siehst ja fast abgekratzt gerade hier ist so eine plattform hier kannst du auch unter aber siehst du meinen namen du siehst du siehst du mich du musst wirklich genau auf mich und die ganze zeit gegen die wand rennen weil du fliegst bis hier runter mit weder gegen rennen ja und schiff halt dass du rennst du weißt ja rennen halt ich habe da gerade richtig schiss ja ich auch alle habe gedacht ich kratze ab ich kratze jetzt eh ab alter nee einfach kommen direkt gehen noch ein bisschen von dir aus gesehen wenn du zum loch schaust nach rechts nach rechts ach so diary ja fuck nee das passt schon ja so so und jetzt gerade aus rund um die gegen die wand gegen die wand genau genau du bist da guck hier alter laden wir deine leben auf mit dem mäh äh buch wow das muss man so ein art club sound rein machen jetzt ja ja und wie wollen wir jetzt hier weiter kommen bitte hast du dein leben aufgefüllt ja 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 ich weiß auch nicht ich mache einfach den nächsten step würde ich sagen nein alter ja doch wie denn warte warte du hast ja gesehen wo ich hin bin ja so ungefähr vor allem ist ein übelstes echo renn einfach an der wand entlang so wie ich zu mir und hier du musst die ganze zeit so gegen die wand und geradeaus okay weil hier ist wieder so eine plattform ich habe nicht mein leben verloren nur hier oben als ob also nur mal kurz ja da oben aber sagt man ja es geschafft als ich hier schon mal die erste etappe oh ja habe es auch geschafft perfekt ist nicht holen ja hier ist eigentlich die höhle das ist so eine höhe oder irgendeine das ist hier so flares alle wie oft sind denn hier so echos weißt du das auch ich habe ein bild gefunden hier ist noch diese hier sind die letzten paar sauflaschen und jetzt habe ich gleich mal ein paar flares runter aus sauflaschen ja also so oder keine ahnung ach so wo sind die ja da hinten ich hau ein paar flares dann unter ich hau ein paar flares runter und ja ja aber wo sind sauflaschen vor allem hier auf dem boden bei mir liegen da keiner entweder ich habe die alle ja ich habe die aufgehoben ja okay weiter geht's komm mit ja das kann nichts werden erst mal hier runter hier ist es auch so okay wir müssen jetzt hier runter auf diesen felsbrocken unter uns weil ich würde sagen wir tun schon den rebriezer ran damit wir dann gleich runter tauchen können weil ich bin jetzt hierhin und bin fast abgekratzt meint es nicht besser woanders bin schon wieder fast abgekratzt nee komm runter wo du musst die ganze zeit gegen die wand laufen hier runter auf diesen steinen wo ich bin dann haben wir es geschafft nein ja erst mal leben auffüllen erst mal leben auffüllen jetzt schnell und dann noch mal runter ich habe bald keine ja ich auch nicht ich habe pflanze ja und noch mal und noch mal aber jetzt sind wir unten ich habe noch pflanzliches zoll ich als ich habe fünf so pflanzliche dinge oder so ja nee sechs nee zehn zehn so pflanzliche dinge und dann noch energy mixen bla 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 das ist ja das hier abgeht ja vor allem diese viecher also damals habe ich hier echt so gruselig gesehen okay wir haben es geschafft wir sind unten aber meine leben ja gut muss ich trotzdem noch mal aufhören jetzt werflicherweise ach du scheiße guck dir diese uhr in so ein geburten andauern ja weil was lichten hier alles rum was da alles für kartons sind ich würde ja liebend gern mal rangehen aber nee oh jetzt sehen sie das ich so aber da hier aber du musst echt rüber jumpen das wurde ein komisches rüber jumpen hier so drauf irgendwie die ganze zeit jumpen hier muss erst mal hier hier drauf und dann jumpen jumpen ach ja okay ja ich mach auch schon mal diesen rebräer also ja damit wir gleich wie viele flaschen hast du äh ich hab vier ich hab vier ja vier kann man glaub ich auch noch mit ja schau schau da vorne das sind solche missgeboten die gibt es ja die fetten ja die kenne ich ey woher kennst du die denn hab ich schon mal gesehen im video aber echt ja okay taschenlampe habe ich auch habe ich auch alles ausgerüstet war ich noch nie wo ist jetzt dieses loch ich würde ja noch mal schnell was essen wer soll das dieses loch sein hier ach ja das ist ja das wasser ne ja das ist das wasser ja ich ich esse auch noch mal was also ich bin komplett voll also nicht ganz auch so jetzt geht's los jetzt geht's los mal verga ja alter alter schnell okay das ist so schlecht wie die sau alter das wird jetzt richtig lange taucht ins glaube ich also ich weiß es nicht aber so wie ich das mal gesehen haben hatten die schon fast keine luft mehr von diesen luftkanistern halt also lass uns bei allen was das schwebt mir für zeug rum also wo bist du das hin was ist das hier also holz 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 er habe ich habe hier solche flaschen ja ja ich auch aber so ich das körper haben hier rum gemäult das ist so gut wie nichts mehr haben also ich glaube du musst ja ein paar mal tauchen oder ich weiß es nicht also das ist ja heftig hier es ist schon übel wenn man so drüber nachdenkt wer kommt denn auf eine idee dass hier unten in dieser fetten hülle überhaupt was ist ja als ich einmal aus das untergeflogen habe ob es das da schon gab weiß ich nicht aber ist auf jeden fall interessant hier unten ja aber wir lassen auf jeden fall zusammenbleiben dass wir uns verlieben und so das wäre schon scheiße hier vor allem schiff und so das bringt hier unter wasser so gut wie nix lang das noch geht vor allem ich habe hier ist glaube ich das ende jetzt glaube ich jetzt noch oben da ist die wasserfläche alter wir hätten uns noch ein paar molotovs vorbereiten müssen habe ich ich habe noch ja ich habe alle ich mache noch kurz welche alter wasser was irgendwo runter tropft da ne 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 nettes da ging grad so ein sound achso ne so komisch du musst drüber nachdenken das ist in ihrer hauptbase hier oder so ne ja ja aber die viecher sind um die scheiße alter das war ich ja naja weiß der nicht hier sind so bilder alter was ist das komischer weg ich weiß gar nicht wo wir lang müssen ne ja hier geht es ja nur lang die keycard haben wir ja warte mal geht man mal kurz ich hau mir so eine flere runter schauen ob das tief geht ok das erkennt man irgendwie gar nicht ich schau mal kurz runter ja geht es da noch irgendwo weiter ja hier ist irgendwas unter wasser das sind bibeln oder sowas guck mal hier geht es weiter oh das sind schon welche komm mal runter hier ins wasser hier sind so komische bibeln ich glaube der kommt hier nicht durch wo hier 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 achtung der ist da direkt warte ich geh auch mal runter das sind so komische bibeln oder irgendwas auf dem boden ja ich will ja der hoch naja egal kannst komm ernsthaft der rennt weg was geht denn hier ab ey was ist denn das lass ihn gut warte lass mich den allein machen und dann lass mich den schlägst ja genau alter ja packst du den seinen scheiß ab oder was ja ja mach was mit ok alles klar weiter gehts ja das sieht schon gruselig hier drin aus ey ja echt so halt wie das hier drin gebaut ist alter ja das ist so heftig alter hörst du das dieses sound ach du scheiße wo müssen wir am netz lang echt so ey ich glaube weiter ist hier irgendwas ich schau mal nach ne das wird's irgendein ja hier ist was alter was ist das hier ist ein höhlensystem unter wasser jetzt oder was ach du scheiße ja das kenn ich das hab ich schon mal gesehen ja obwohl ne da tauchst du nur drunter oder ich weiß es nicht ja ja das sind nur unter den brücken achso ja ok dann passt's ja ja alter nicht dass ich das noch weiter verzweigt das wär scheiße gewesen ok ich glaub wir müssen einfach straight geradeaus denk ich mal ja ich denke auch aber sicher ist sicher ne dass man noch was findet oder so ja ja klar alter vom letzten hoch alter ich hab schon wieder Essen verloren ne ja ich auch schon wieder die Hälfte ist alter scheiße alter hier geht's runter boah Hilfe was ist denn das hier um Alter wieso ist das so stockfinster selbst mit der scheiß Taschenlampe grad ich find's relativ hell eigentlich mit der Taschenlampe ja ja weiß nicht oder ist die schon wieder fast leer oder kann sein aber ich hab die 74 74 Batterie hab ich noch wir haben ja noch welche dabei ne ja ja aber trotzdem ist die scheiße ey guck dir das mal die kann ja nicht mal bis dahinter leuchten ich find's scheiße dunkel ich find's scheiße dunkel also meine ist relativ hell hä und jetzt häng ich hier oder was ja ja hä wo soll's jetzt weiter ach hier jetzt müssen wir mit der Climbing-X weiter hä ist doch wo hier hä wie jetzt na hier hoch ey ja aber ey ich mein jetzt hier ist doch keine Wand oder sowas oder doch an der du musst da siehst du es nicht nö links ist keine Wand bei mir also hier da geht's einfach weiter ich steh hier in der Luft ey ernsthaft jetzt da ja ja jetzt hängst du dran ja ich sag dir wo du hin musst hoch weiter links weiter 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 jetzt gut ich äh ja wir stehen grad in der Luft bei mir jetzt im Ernst ach so'n scheiß alter wo bin ich denn jetzt ich steck's late bei dir die Welt nicht nö ach ist das ein Drecksgame alter toll ey richtig geil toll wir haben jetzt hier nicht mal einen Speicherpunkt ne wo wo fall ich denn ständig hin eigentlich Achtung pass auf ich seh überhaupt nix bei mir steht einfach in der Luft ja bei dir lädt die Welt wieder nicht das haben irgendwie zurzeit die Probe äh viele irgendwie ey jetzt krieg ich Schaden von was denn von nix achso von der Kälte oder was ja das kann sein ja ok dann geh du einfach mal voraus ja eh aber es gibt Speicherpunkte ja zum Glück da müssen wir nur jetzt an einen hin und dann kannst du mal ja lass da mal schauen Alter es ist hier rot hier hinten alter ey ich seh gar nix ich fall nur irgendwo hin halber sag mir mal wenns hier irgendwo runter geht ne Schmucht oder irgendwas ja Achtung hier ist was hier gehts runter Achtung da unten rennt so ein Spasti da unten sind zwei Alter jetzt ist es bei mir aber auch relativ dunkel ne bist du hinter mir ne ja ich seh halt ja da unten sind so welche ja die seh ich auch oh jetzt ist meine Taschenlamme noch dunkler geworden ja das weiß ich jetzt ach 21% hat die nur noch ja bei mir ja alter wie die müssen wir erstmal schnatzen die zwei ne ja aber gehts hier jetzt runter kann man da jetzt runter oder wie ist das hier hier ist schwierig weil also du kannst aber ich glaub da kriegst du Schaden warte hier kann man ja jetzt eigentlich runter ja hopp machst du den linken ja ja egal ja jetzt rennen sie beide weg ich sehe einfach ne offene Fläche also ich sehe hier ja ja ist hier auch Alter Hilfe ok der ist down pass immer auf deine Ausdauer auf ich mach den ich mach den machste hä wie weit rennt denn der weg alter ja glaub da hinten war noch irgendwo einer ne ja da hinten sind nochmal zwei hä ist hier alles offen bei dir gerade ja ja hier ist so ne richtig große Fläche ich fahr auch nach über zweit nach links schon und so vielleicht war das ja nur das eine Ding was ich irgendwann sehen konnte alter fuck ich brenn du brennst ja ich brenn wieso brennst du ich hab keine Ahnung hast du noch genügend Leben und Rüstung und so ja ja hab ich noch das ist noch voll alles ok ey ja dann füll erstmal deine Batterien auf würde ich sagen ich hab noch 40% ich hab 7 Batterien ich hab meine auch mal komplett aufgefüllt ist das wieder hell ja ok so muss man es lang hier lang wahrscheinlich als ich sehe ich sehe irgendwas vor dir als ich sehe das Wasser jetzt bei mir oh ich sehe überhaupt nix alter hier geht es weiter schwimmst du ja gut da jetzt aber hier wird mir doch mal was sagen geht ich dachte es ist das scheiße ich sollte nur das werden so jetzt muss man sich links oder links das sind den Weg hier sehe ich auch oh oh alter was ist das hier für ein Gang bitte alter ja ich sehe aber auch nur links diese Dinge und oben obwohl jetzt normal glaube ich jetzt sieht alles normal aus hier bis jetzt oh guck mal wo wir sind sag mal wenn du erstens guck mal wo wir sind ja chill mal alter mega ruckler hier ist ein Bild weißt was hier ist ja die scheiß kattentür oder ja warte mal ich würde sagen das machen wir in der nächsten Folge oder ja das ist ein guter Punkt ja würde ich sagen geht es los in der nächsten Folge bis dann ciao wir sprechen und in der mía bin